hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren team und ja wie soll ich sagen ich habe es mal wieder richtig geschafft ich habe die audiospur vergessen abzuspeichern das passiert mir manchmal aber nicht so häufig ich bin aber übrigens mit dem kit von maxim meiner drei ich glaube das hatten wir schon mal bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher ich wurde nicht so klingel ich bin gerade eben erst es ist 14 uhr aufgestanden deswegen wird das video vermutlich ein bisschen später kommen weil internet und ja willkommen in der ersten runde ich mache das jetzt so nach kommentieren mäßig wir spielen gegen luke skywolf okay ja ich hatte auf twitter und facebook gefragt was ich denn machen soll durch ein musikvideo draus machen soll ich es nach kommentieren und da haben extrem viele geschrieben nach kommentieren ich hatte auch auf facebook gefragt weil twitter zu der zeit ein bisschen hart gebackt hatte und ja dachte jetzt ich nehme das einfach jetzt mal heute morgen auf und mache so ein bisschen talk über verschiedene themen oder eher über ein thema und die erste runde hat er gewonnen ich weiß natürlich wie das turnier ausgeht aber ich versuche immer so ein bisschen spannend zu machen ist ja schon ziemlich knapp und alles nee aber sollte hoffentlich so ist glaube ich die beste lösung ich muss auch in zukunft gucken dass ich mal solche fehler behebe indem ich einfach mal das direkt abspeichern und dann nicht irgendwie vergesse was schon mal sehr häufig vorkommt ich bin momentan in meiner prüfungsphase weshalb ich irgendwie in letzter zeit das gefühl habe ich werde schlecht im pvp aber ich hoffe das wird sich damit ändern ich habe jetzt am morgen also donnerstag eine prüfung und dann die nächste prüfung ist am samstag und dann habe ich alles erstmal hinter mir und dann gucke ich was habe ich bestanden was habe ich nicht bestanden und dann eventuell anfang märz die restlichen prüfungen nachholen so ein thema wo ich eigentlich drüber reden wollte und zwar da ich ja eine person da habe ich verloren dann auf geht's zur nächsten runde es geht direkt ins denn drüber wir kämpfen gegen warpo 2001 ich habe das jetzt alles schon geschnitten sie ist gerade vor mir und ich glaube das ist die die beste methode das zu machen ein thema worüber ich eigentlich reden wollte ist es war wie man eventuell mitbekommen hat wohne ich einerseits in köln und es gibt in letzter zeit in köln diese sexuellen belästigungen von frauen und so eben wegen dieser nacht irgendwie und alles mögliche und auch zwischendurch und jetzt kam mir das so komisch vor und zwar bin ich gestern noch mal zur uni gefahren und wollte nachhilfe geben und auf dem hinweg und auf dem rückweg auch verloren habe ich das gefühl gehabt dass es zu einer situation gekommen ist wo das war also auf dem hinweg ich bin ja dann der typ der setzt sich hin macht sein ipod an und schaut youtube videos und ich habe auf einmal gemerkt dass irgendwie so ein irgend so ein typ in der bahn pfeift weiß man ja nie wer da so alles drin sitzt und auf einmal merkte ich dass das von irgend so einer person kam die er sich dann bei mir in den gang stellt also man muss sich das so vorstellen sind also abteilungen und dann so diese gänge mit den türen ich glaube ihr wisst wie eine bahn aussieht oder ja es sollte verständlich sein wenn ich dann gibt auf google mal irgendwie kvb bahn ein dürfte passen und er stellte sich dann quasi eher dahin wo ich halt saß in den gang und hatte meine ich eine frau angeguckt und zu dem und zu der gesagt zeigt doch mal mehr und in dem moment habe ich dann natürlich direkt erst mal geguckt jo wie ist die situation jetzt kommt es erst mal so richtig ist schreiben wieder alle rassist aber es ist fakt der typ sah ausländisch aus also ich weiß ich kenne mich da absolut nicht aus ob das jetzt nordafrika nicht oder sonst irgendwas ist aber der passt da halt in dieses bild was man gesehen hatte und er fragt hat einfach so eine random frau die gerade am lesen war und die kannten sich auf jeden fall nicht weil sie hat ihn auch ignoriert hat einfach zu der frau gesagt also so aus der ferne wo wir haben haben wir gewonnen ja ja wir haben gewonnen nice nächste runde gegen was was mlg of water und die hat die frau das ignoriert und das kam halt schon seltsam vor so das gute was an dieser situation war ist der typ ist eigentlich direkt nächste station rausgegangen ich bin aber ein typ der in solchen situationen reagieren würde ich habe mich schon bereitgestellt was zu sagen also die situation hat sich zum glück von selbst aufgelöst wüsste aber nicht ob jemand anderes was sagen würde also aber meistens ist es so in einer gruppe die gruppe generell sagt erstmal nichts bis einer was sagt und das wäre halt ich gewesen und jetzt ist die frage eigentlich ich erzähle am besten erstmal noch die andere geschichte und dann auf dem rückweg von der uni stand ich an der bahn und dann kam es dazu es gibt so zwei bei der station war so es gibt einmal den bahnsteig und einmal so ein überdachten weg wo halt so geschäfte und so sind das heißt der bahnsteig ist direkt an so eine geschäftslinie und die geschäftslinie ist überdacht und die beim bahnsteig halt nicht und dazwischen sind so säulen und dann kam es zu der situation dass weil das so irgendwelche frauen also so sage ich jetzt mal wie alt waren die 14 15 ich kenne mich da null aus ich kann sowas null einschätzen dass die da lang gingen und auf dem bahnsteig eben auch ausländer und die die aber die mädchen die da in drinnen gingen die sahen auch ausländisch aus und das was ich verstehe es ging halt ultra schnell das was ich verstanden habe war dass eine von den mädchen gesagt hat ich kenne die gar nicht wir verfolgen uns so jetzt kam aber das problem was ich hatte mit der situation war das mädchen hat dabei gelächelt und da fragt man sich eben jo ist das jetzt ernst gemeint oder nicht wo steht und ich bin noch im teamspeak alles das juckt mich eigentlich wenig ich schreibe ihn mal ich komme sofort aufnehmen und zwar dass sie dann eben gelächelt haben und man die situation nicht einschätzen kann ob das jetzt wirklich ernst gemeint war oder nicht und eigentlich hoffe ich in solchen situationen dass personen das so machen das war das fand ich total dumm wie die reagiert haben haha ich kenne die gar nicht die verfolgen uns haha lächeln dabei also da würde ich denken in der situation die kennen sich aber wenn es jetzt nicht der fall ist dann haben die einfach falsch reagiert und falsche signale ausgesendet hier habe ich übrigens im video gecheckt dass regeneration aus ist und da fand ich die reaktion von den mädchen falls es wirklich so gewesen ist komplett falsch da geht man dann nicht noch weiter mit sondern bleibt stehen und macht passanten darauf aufmerksam weil ich glaube heutzutage oder eben jetzt in der situation übrigens nächste runde gegen gegen spielen wir zeig mal tscholle wenn ich es richtig ausgesprochen habe dass eben eigentlich leute helfen wenn man sie darauf anspricht weil ich glaube eben durch jetzt wissen viele leute dass sie mal zu handeln haben würde mich wundern wenn okay in der gesellschaft was man heutzutage nicht mehr ob die dann wirklich reagieren oder nicht aber es war eine komische situation aber was mich was ich mich jetzt frage ist weil ich eben jetzt zwei fälle gehabt habe die den anschein hatten dass das so gewesen ist frage ich mich lag das daran dass das jetzt in den medien eben so krass berichtet wird oder was krasser zufall habe ich das jetzt dadurch erst richtig bemerkt oder ich weiß es nicht ich habe mich halt gewundert dass es auf einmal zwei mal der fall war oder ist es jetzt wirklich so dass dass das irgendwie geplant ist von den leuten weil meine mutter hat schon gesagt sie fühlt sich so als ob das von irgendeiner organisation oder so ob das irgendwie geplant ist und das jetzt schematisch gemacht wird die diese ganzen übergriffe deswegen wundere ich mich auch ob das vielleicht der fall ist und ja müsste man einfach mal denke ich darauf achten und ist aber schon jetzt echt seltsam ich weiß noch immer nicht ob ich halt auch in der situation richtig reagiert habe ich mein bei der sache die ersten sache war ja so dass eigentlich die situation sich zum glück aufgelöst hat obwohl ich ja was gesagt hätte bei der zweiten ärgere ich mich halt einfach weil die reaktion das war halt ein mädchen was dann gesagt hatte hey ich kenne die nicht die verfolgen uns und hat dann gelacht da ärgere ich mich darüber dass einerseits sowas mit humor genommen wird und dann also was heißt humor genommen wird dass da einfach eine situation falsch dargestellt wird als sie ist man kann halt ich kann jetzt bis jetzt nicht wissen wie war die situation und da war halt diese reaktion einfach komplett falsch und falls da jetzt wirklich was passiert ist dann fragt man sich also habe ich jetzt was falsches gemacht ich meine das wirkte schon sehr komisch und ja da fragt man sich dann so also da warte ich eigentlich auch von der frauenseite dass man sich richtig verhält und nicht sowas dann macht sei es richtig witzig das ist ja das seltsame aber naja gucken wie sich das ereignet was aber auch mir aufgefallen ist ich frage mich jetzt kam ja auch in letzter zeit immer dieser anschläge und so und mich hatte gewundert dass von der is noch nicht wieso ist das video ah nee passt alles ich habe mich gerade gewundert meine audiospur ist länger als das video bis jetzt am laufen lag aber vermutlich daran weil ich audacity ein paar sekunden früher gestartet habe hat mir aufgefallen ist durch diese ganzen is kämpfe und angriffe auf verschiedene dinge hier in europa die greifen ja häufig sehr die kultur an und alles kultur habe ich kultur gesagt ich weiß es nicht und da frage ich mich wann wird es in deutschland noch mal sage ich mal rumsen weil es gibt ja in deutschland besonders jetzt in köln ein bestimmtes fest was demnächst startet wo riesige messen menschenmassen zusammenkommen und wo ein anschlag sich eigentlich ich sage jetzt mal so lohnen würde und da frage ich mich halt jetzt eben auch durch sie sind diese situation erkennt man eigentlich das hat mich auch aufgeregt durch diese bei dieser freund belästigung und so die an silvester da stattfand die ganzen politiker und chefs und so es wird sich jetzt beschäftigt damit wer ist schuld wer kriegt hier jetzt den einlauf dabei finde ich es viel wichtiger die ursache dieses problem zu lösen das regt mich halt besonders bei dieser situation auf und wir kommen zur nächsten runde wir spielen gegen war das gegen es gegen diesen luapu 2001 ich glaube schon das wollte ich gesagt haben eben dass nicht die ursache bekämpft wird an die anyhard stimmt anyhard war das gegen den haben wir gekämpft eben dass da nicht die ursache genommen wird sondern eben letztlich dafür gesorgt wird ja der ist schuld was ich halt komplett falsch finde und man sollte er sich damit beschäftigen mal das problem zu lösen alter hat der mich gereckt leute ich hatte ja auch schlechtes ein irgendwie dann was wollte ich noch gesagt haben denke ich eben jetzt dass die sicherheit momentan immer noch so scheiße ist wie vorher die tun also als ob da irgendwas verändert wird und ähm alter guck mal wie der mich wreckt ähm was hab ich gesagt ähm und ich denke dass es also ich persönlich denke es wird ein Karneval bei in Köln rumsen ich hatte eigentlich gedacht dass es an Weihnachten irgendwo nochmal rumsen wird aber anscheinend nicht eben cool weil Köln ist halt komplett Kultur Karneval Köln steht für Karneval und ich denke es wird da rumsen ich hoffe dass einfach nicht bei uns rumsen wird ich werde ähm Karneval als Wagenengel ähm agieren in fast allen Tagen und äh da hoffe ich einfach mal nichts dass da was passieren wird wäre schon ein krasser blöder Zufall oh da habe ich die Porsche aber schlecht geworfen oh die hat er auch schlecht geworfen ähm und ich habe verloren GG und damit herzlich willkommen zum Finale äh ja schalte mal um da Anyheart gegen VVG und gönnt euch das ähm Finale ich bin übrigens für Anyheart gewesen weil er mich gekillt hat ich bin immer für den der mich gekillt hat ähm und äh ja ich hoffe es einfach mal dass es nicht dazu gehen wird aber ich würde sagen ein Karneval wird rumsen ich hoffe es natürlich nicht aber so würde ich das einschätzen ähm und da habe ich niemanden Chat reportet zum zweiten Mal höhö interessant war dass äh ich hatte schon vorher den Typen reportet und er wurde dann verwarnt das verwarnt wurde falsch geschrieben als ähm ähm was hat man gemacht als äh wie nennt man das als Verfahren oder was gemacht wurde ähm und dann war er auf einmal richtig nett und dann ist er jetzt gerade eben wieder ausgetickt und dann habe ich einfach gesagt jo dann Chat reporte ich ihnen noch einmal dass die mal checken dass die solche Leute einfach mal bannen sollen auf Kommi soll es ja wohl richtig extrem sein das Bannen ähm dass man nur einmal oder dass man ihnen gemutet wird ähm aber ich finde eigentlich boah ist das ähm auf Gomme ziemlich gut ist das äh Bannen gedöns obwohl ähm das viel zu kompliziert ist mit dem äh Reporten man muss das im Forum schreiben und man hat keinen Teamspeak Server wo man einfach sagen kann jo der hackt oder man kann Slash Report oder so machen das ärgert mich ein bisschen da ist es auf Timolia besser wobei mir auf Timolia das Bannen wie gebannt wird und so ähm das gefällt mir nicht so ganz äh ich hatte jetzt nochmal ich hatte ja ähm einmal ähm einen Typen reportet der gesagt hat jo PSC zu gewinnen das zählt unter Betrug steht in Timolia Regeln und ich bin dann auf dem Teamspeak danach gegangen und hab ähm mit einem Supporter diskutiert obwohl das mal ein Admin oder Moderator eben gesagt hatte dass das 30 starke Bann gibt wenn man sowas macht ähm und ähm ja und dann meinte der Supporter nö ist nicht so und er verstand die Regel anders und dann hab ich gesagt jo ähm wie wär's und GG äh Eni hat das Turnier gewonnen und deswegen wird er nochmal herausgefordert und ich kann meine Ehre wieder herstellen like Zuko ähm deswegen hab ich dann gesagt jo sprech doch mal in der Teambesprechung an und dann hatte ich jetzt nochmal als das Turnier vorbei war dachte ich komm gehst du nochmal auf Timolia und auf den Teamspeak und frag ob das jetzt geklärt wurde eigentlich weil die Regel hat sich nicht verändert und deswegen bin ich davon ausgegangen dass er das doch nicht gemacht hat ähm da hab ich dem auch noch gesagt er soll das ansprechen falls es noch nicht angesprochen wurde weil die Regel halt äh echt nicht super dann gestellt wird da ist es dann immer schwer wie man was interpretiert beim Gesetz deswegen sind Gesetze übrigens auch so ultra kompliziert oh die Potion das hat mich schon geärgert deswegen sind die Gesetze auch so kompliziert weil es muss so genau wie möglich sein ähm dann war es auf jeden Fall mit dem Turnier ich hoffe es hat euch gefallen dieses Commentary mal ähm wie immer wenn ihr ein Kit habt schreibt ähm also könnt ihr bei Timolia euer Kit machen dann schreibt in die Kommentare IGN Doppelpunkt euren Ingame Namen wenn euer Kit gut ist dann nehme ich das ich schaue dann immer so ähm an dem Tag wo das Turnier ist in die Kommentare gehen wir so ein bisschen durch guckt dass das Kit gut ist ähm achso jetzt fragt NDA ob ich ob er was gewonnen hat dann habe ich geschrieben Ehre ja hier könnt ihr euer Kit herstellen und so ähm und das Timolia Turnier findet immer sonntags um 20 Uhr auf dem Timolia Server statt 1v1 Lobby ähm da hier so schreibt man dann IGN äh ich werde übrigens alles ignorieren was so nicht gemacht ist weil ähm das zeigt mir wie sehr die Leute überhaupt drauf achten wie man das macht und daran kann man eh feststellen ob ein Kit gut ist übrigens bitte keine Kits wo irgendwelche ähm Dinge drin stehen da kann man ja einfach die Sachen umbenennen von irgendwelchen anderen YouTubern Werbung machen das kann übrigens auch einen Bann geben ähm oder sonst irgendwas das denke ich mir auch immer what the fuck ähm entweder ein neues Tralis Kit bitte und das wär's ähm und ähm ja was gibt's denn sonst noch sozusagen ich würde bestimmt irgendein Scheiß im Video gesagt ich hoffe es hat euch gefallen ähm das war hoffentlich die beste Lösung sorry dass das Video so spät kam wir haben jetzt 14.17 Uhr das Video wird ja 20 bis 30 Minuten rendern und mein Internet wird nicht in 10 Minuten das Video hochladen das weiß ich jetzt schon ah naja was soll man machen ähm bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich Tschüss zu sehen wünsche allen noch einen wunderschönen ähm na es wird vermutlich ein Abend sein wenn das Video online kommt ähm ihr könnt ihr mal so eure Meinung zu den ganzen Themen auch reinschreiben die ich mal so äh angeredet habe äh bis dann man sieht sich